Hallo und willkommen wieder bei Liberty Minecraft Feed the Beast. Ich bin heute mal wieder mit Daniel alleine unterwegs hier, unseren kleinen Kameramann. Hallo, Kamera, hallo. Nein, hallo zusammen. Ja, wir sind diesmal leider alleine, weil die anderen leider keine Zeit hatten. Also, was steht heute an der Tagesordnung? Meine Idee war, let's mining. Okay, aber lass uns erstmal ganz kurz den ganzen Bullshit rausscheißen. Scheiße. Äh, ja, ich mach ganz kurz meine Kiste, dann siehst du mal ganz im Moment, was ich erst dabei habe. Moment. Haben wir irgendwie Essen zum Mitten? Äh, ich hab ein bisschen Capocorn. Da kann man brennen. Ne, hier so ein paar Maiskörner, aber acht Stück werden nicht rein. Äh, was hab ich jetzt in der Hand? So, Visa, was auch immer. Mach ich damit. Look at the chest. Look at the Schrottkist. Ja, aber scheiß alles raus. Komm, scheiß ist raus. Ach du scheiße. Voll. Scheiß, die Kiste ist voll. Warte. Können wir irgendwann später irgendwann mal einordnen? Kein Strom mehr. Ja, komm, wir machen das nachher mal ein bisschen professioneller hier. Ja, ich will jetzt halt nicht extra jetzt Holz reinscheißen. Ach, wir haben sowieso genug hier. Dieses Schwabberwood, mit sowieso keiner. Aber wir haben wirklich nichts groß zu essen, ne? Ne, wir müssen. Was ist eigentlich mit der Maisfarben draußen? Das würde mich mal interessierend. Scheiß, ich kräht nicht einfach da durch. Ah, ja. Ne, ich hab noch nicht gewachsen. Okay. Bo, Mil, werdet aktiv. Äh, nur bei uns? Irgendwo. Ah, 21 sogar. 21 Knochen. Oh ja, eins ist sogar schon gewachsen. Ja, was war das denn jetzt? Was war das denn? Hä? Hä? Äh. Ja, weil es hier so dunkel ist, deswegen. Weil ich mach mal hier ein bisschen heller. Ich hab keine Fackel. So, so. Aber irgendwie, was brauchst du mit der Maus nicht? Control? Ah ne, nicht Control. Options, äh, Sensibilität. Ist schon ein bisschen flinker. Flinker? Flinker? Du? Zack, 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 zack. Wir haben keine Kohle, wir haben das voll fliegen. Ja, wir haben auch genug Holz, da raus können wir irgendwie Holzboden machen. Guck mal hier, ist das nicht schön. Der Garten ist gewachsen. Geh mal drüber, wird gewachsen. Jetzt nicht mehr. So. Wunderschön. 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 Was ist das hier eigentlich hier, was ist das? Weißle Labyrinth. Alter. ich hab noch mal drei steaks hier drei chicken ja doch die einige verschwinden wegen dem licht auch gebraucht darf ich durch radarn und die darfst du dir darfst du machen und er sammelt ich hab ein mais habe ich gekriegt ich hab 63 müssen auch nur braten braten da ist gerade keine energie gewesen dass ich aufgehört habe ich habe etwas reingeschmissen so ich hab ja schon eine schritte die sind immer bei uns auf dem dach oben manu wer bist denn du ja hab ich noch so Edelstein oder sowas weil da möchte ich mit daraus ein paar Werkzeuge machen können sie gucken Rubin und so ein bisschen ja ich mach hier so mal ein blaues Set so wie ich ne Rode schaufeln so perfekt ähm kling 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 so müssen auch ein paar Fackeln machen ne ich brenne gerade Holz kling das wir nicht sehen ach gut du hast gelernt hast du schon gelernt ja hab ich du brennst nicht mit Rohmholz niemals hab ich doch noch nie gemacht so hast du vorhin mal ganz einfach ach nee halt das war Spacks war das glaube ich oder weiss ich gar nicht weiss ich gar nicht weiss ich doch gar nicht wie sollte ich das denn sein wie wollte ich denn gerade Fackeln machen ganz im Ernst das sah gerade ein bisschen komisch aus sag jetzt nicht so ich wollte gerade ganz 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 komisch Fackeln machen ich hab doch kann man irgendwas für das Fackeln machen das würde mich jetzt gerade interessieren so dann let's go ne Moment ja genau Oakdesk verschiedene Farben ah ne Torchleather das ist cool da ist ne Fackel ja deine Sachen schweben da hinten in der Gegend rum ne Gute da die Müllecke ja das ist restlicher Müll hier kannst du schon mal ein paar Kölnchen rausnehmen wenn du möchtest das ein paar Fackeln Charcoal ist hier so ich hab mir auch grad so so 20 Fackeln ach ich hab 15 Rohrholz mit das müsste reichen 15 20 er ist ja gut ich komm ja schon Am wunderschönen Tag. Ich will mir ganz kurz beim Bienkörper vorbeigucken. Ja, aber Creeper. Ja, ja, ich kritische nicht. Okay. Oh, mal gucken, was aus dem Bienetchen geworden ist. Ah nö, Forest Drohne. Ja, was machst du mit den Bienen? Du nimmst die rechts raus und packst die links rein, oder wie? Ja, siehst du, eine ist eine Prinzess und die andere sind Drohne und die können eben halt miteinander poppen. Und dann kommt da sowas raus. Aha. Und diese Honeycombs, die sind nachher wichtig. Ah, Hund! Was denn los? Okay. Guck, siehst du irgendwie schon an den Blättern irgendwo ne Veränderung, wo ein anderes lief? Nö. Anderes Blattgestrüpp. Nö. Aber kommen wir dir hin, wo ich so verrickt bin. Ja, weil wir müssen unbedingt mal andere Bäume, oder andere Baumarten noch anpflanzen, damit wir andere Baumarten noch rauskriegen. So, die Löcher hier nicht beachten. Oh, da unten ist Uran. Hast du mal übersehen. Uran! Das muss letztens erst freigespringen geworden sein, wo ich gestorben bin. Und Kupfer auch noch. Und diese komischen Splitter da. Ja, die brauchen wir nicht. Ich weiß nicht, die haben bis jetzt noch gar keinen aktuellen Zweck. Gleich für Towncraft ein bisschen. Oha. Guck. Aber. Guck. Guck. Nimm mal da, das war um. Das musst du immer mitnehmen, das Kupfer. Weil das ist verdammt wichtig, wenn wir nachher richtig viele Manga haben, wenn wir unseren Crowe noch nicht haben. Guck. 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 Ja. Guck. Genau, wie viel Scheiße willst du denn noch mitnehmen? Die sind auch... Also die, was du zu tun halt einfach unterst? Du musst mir nicht sagen, scheiße. Ich sag mal so, ich hab doch hier, äh, Mining-Chests. ich kann mal so fünf jahrzehnte jetzt in den minenschacht verschwinden und kann uns fahren nein naja fünf jahrzehnte ich würde mehr rucksäcke davon machen würde es vielleicht gehen ja aber das wäre dann auch langweilig für die leute die zugucken also jetzt so zehn jahre hier so eine meinungsschacht so hundert folgen ja derzeit klingen bei vielen polio ich muss mal ehrlich an die decke gehen gut wochen hier diese stachel also hier diese piekler das sind auch gute gute mühleiber wenn du es gegen schweißen zfett sind die gerade noch mal gegen geworfen holi was war das denn das war so hell leuchtend da sind so drei teile rausgefallen aus dem ding ja das waren diese zykorium gescheiß das ist nachher auch richtig lustig wenn du die zaum kraft ist also ich ganz lustigen blöcke die sogar eine kleine animation beherbergen so ein kleines flimmer als solche leichten ja leuchtende steine wir haben wir schon hier ne weiß ich ob der gewohr war letzt mal bin ich hier nicht viel ok hier geht es tief aber das noch ah guck mal und kohle würde ich auch mal sagen dass wir es mitnehmen oder egal ob wir es nicht brauchen erstmal aber man kann es am anfang doch schon gebrauchen denke ich mal später ist natürlich Lava effektiver dafür müssen wir Lava oder nicht später Atomkraftwerk wo du bist ich meine aber jetzt Lava um die Öfen zu füllen das hält halt länger erstmal ne ja ok ich glaube dieses Quarz ist auch ganz schön interessant daraus kannst du Werkzeuge machen ich weiß richtig viel anerreißen anerwenden ok 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 Ich schmeiß dir mal was runter, oder? Ja! Kann man die Blöcke eigentlich schon hier craften? Ah ne, kann man noch nicht. Schade. Brauch ich für ne Crafting Bench für. Ui, ist Plumbum. Muss immer. Ich wollte mal diese Zircosium-Steine zeigen. Oh, schon wieder Endstation. Kohle, 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 Kohle. Was ist das denn hier? Silber! So. Äh, jetzt hängen wir hier fest. Ja, Level 10! Aber ich bin auch so oft schon gestorben. Bis jetzt, glaube ich, 1, 2, 3 mal gestorben? Weiß nicht genau. Ja, das eine Mal war eh das Geilste. Ich komm hoch und der Creeper und das Skelett. Bam! Snipert mich weg, ey, und fall die Schlucht wieder runter. Da, hier. Warte mal. Steht doch. Damage taken. Wir müssen mit den Betten nochmal gucken. Wir müssen die nochmal auseinander platzieren. Ich in der Mitte kann nicht spawnen. Das ist der Fail. Das muss man unbedingt nachgucken, weil jeder das Bett einzeln steht. Ja, stimmt. Damage dealt. Damage take. Wo steht der? Da! Numbers death! Neu, ich bin 0 mal gestorben. Okay, das wird die Statistik, wie er verpackt. Ich will gar nicht gucken. Null, ne? Wo das Let's Play schwarz auf weiß beweisen kann, wie auf die ich verreckt bin. Ist aber nicht mehr zu Ende. Ja. Hier ist so Kohle. Ja dann. So, guck mal. Das war eine Kohleader. Kling kling. Kling kling. Kling kling. Kling kling. Kling kling. 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 Oh, ich höre schon da war irgendwo. Easy easy. Irgendwo in der Richtung buddeln. Auf mal hier lang. Ja da ist auch irgendwas. Ich höre Lave irgendwo. Oh, okay. Lave gefunden. Na ne. Aber es ist ganz schön dunkel irgendwie. Ah, jetzt. Ich habe gerade Lightbox. Ich habe eine Fackel gesetzt. Ach so. Aber so die Spitzhacke, ey. Schon zur Hälfte bei mir am Arsch. Jetzt ist schon? Ja. Oh. Emeralds. Schön alles mitnehmen. Schön. Oh. Rutsst du da gerade ab? Kohle. Ja, Kohle. Wow. Oh, jetzt ist Eisen. Wir sind hier irgendwo unter so einem Minischaft oder sonstiges. Ah, sehe ich auch auf der Karte. Oh, ja. Schon gefunden. He. Geht einen nach oben. Flug. Ne Kiste. Aber die Erze mitnehmen. Belohnsam. Woo. Ist das dunkel hier. Machen wir mal Licht hier. Belohnsam. Oh. Pumpkin zieht es vorher erstmal rein. Switcher, Switcher. Wollen wir eigentlich die Minecraft-Schienen mit abbauen? Eigentlich schon gut. Weil die sind, wenn du mal nachguckst, wie die getrachtet werden.